Ja, das war's ja schon. Hm, ich will aus euch. Oh, da kann man durchgehen durch den Wahn, durch den Wahn-Typpich. Also, das ist offen. Bitte? Das ist offen. Das ist offen, ach so, ja klar. Ich hab' cool was mit dem Licht. Das ist cool. Einfalls reich. Geht's auch. Aber schau, da ist was. Da drüben ist auch was. Du Wölbe. Okay, jetzt wird's dringy. Ja, wahrscheinlich nicht. Nein, nein, so. Ich bin nur zu kurz gesprungen. Vielleicht schon, ich wollte nicht schon zusammen. Ja. Warte kurz. Ja, das schaut immer so aus, es war jetzt kurz. Wolltest du ihm auch gehen? Ja, ich bin ja da. Geil. Hast du mir ja da so klammeln oder was? Ja, kann sein, ja. Da ist schon, ich bin schon da. Ist da drinnen? Ja, ja, cool. Rückstand, Rückstand. Na ja, noch immer. Äh, hauptsächlich Crafting-Cheise. Na weiter. Ein bisschen Pawn ihn wieder. Auf jetzt erst. Ach so, geht's dann nachher. Sackgasse. Das ist ja meine Stammerer-Fakten. Nein, jetzt auch. Super. Mit Zucken, mit Zucken, oder was immer. Wenn ich beide Bühne oder so. Ja, warte kurz, ich muss Kräfte schauen. Ich bin dann verfügbar. Super. Ja, wir können das letzte Mal nehmen. Pisten. Okay. Warte, warte. Das hab ich fast gedacht. Oh, wieder hineinslidet. Elegant hineingeslidet. Elegant hineingeslidet. Warte noch, warte noch, bis ich rauskomme. Warte noch. Warte jetzt. Ja, gerne. Ja, ich tu dich kurz identifizieren. Achso, ich hab keine Rolle mehr. Ich hab ein Arcan-Paket. Zu spät. Ich glaub, der Formos hat getan. Warte noch. Ja, egal. Schauen wir mal kurz. Was hab ich denn da dann? Achso, warte mal. Der Hot, den ich aussteile, der tut nicht stacken, sondern der verlängert einfach die Zeit. Das heißt, der wird nicht stärker, sondern einfach nur länger. Wenn ich dann noch mal draufkasten. Ist ein bisschen deppert, aber dann kann ich ihn noch nicht draufkasten, wenn er sowieso ausrennt, aber... Verkasten. Aber der steht irgendwie nicht, wie lang das das... Wie lang das der tickt. Warte da ein bissel erst. . . Das war's für heute. Das sind schon die nächsten. Es wird cool, wenn wir uns die Targets aufteilen, weil ich mit jedem dritten Hit mache Bronischschaden. Ich glaube, ich kann nicht mitmachen. Außer bei dir, wo wir sowieso mehr da Hitze haben. Nein, das stimmt nicht. Die normalen Gegner holen schon 3 Hitze aus von mir. Ich bin nicht so stark, du, Hallner. Kann ich hören? Hallo? Heilen? 26, 52, 78. Was? Ich kann es nicht sagen. Es steht wirklich nichts genau, wie es funktioniert. Ich glaube, es wird beendet. Das ist ja gut. Deswegen macht es Sinn, wenn es länger dauert. Ach so, das kann es sein. Das macht nicht erstaunlich viel Sinn. Dann macht es natürlich schon Sinn. Das Leiden kann auch dazu. Oh, Zwischensequenz. Dicker Vetter. Ja. Schon wieder noch. Ja, ja, der war vorher auch das. Der hat sich nur geschlichen vorher. Da hinten ist übrigens dann ein Counting, glaube ich. Es wurscht, machen wir uns jetzt drinnen. Geht's? Ja, dann hopp. Jetzt sind die zwei Kleinen da. So, und so. Geht's dich einmal, bitte? Wow. Gut, nein. Au, au, au. Das ist wieder viel Kp, geht schon. Das ist wieder viel. Das ist wieder wie ich hinter den Ding habe. Oh, 200, 5Ks. 52, sagt 75. 300, 370, 1,5... 1,5... 400, 1,5... ...150, ...1,5... ...1,5... ...1,5... ...1,5... ...2,5... ...1,5... ...1,5... ...1,5... ...1,5... ...1,5... ...1,5... ...670... ...700... ...1,5... 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 Ich weiß nicht, dass die Anzeige nur der Combo ist, dass nur das immer auch viel zählt, aber immer gleich viel tickt. Das kann auch sein. Wird von der Anzeige ja keinen Sinn machen, aber... Warte, was gekriegt, was nicht gesagt? Krone, Ring... Erst immer die scheiß Sirene da, erst was soll das? Ich hab halt natürlich zu, Dings gekriegt du jetzt? Das ist komisch. Ah ja, wüscht. Ich hab ein nächstes Amulett für den taktischen Magier. Ich hab ein überrober für den taktischen Magier. Ich hab Stiefel mit 24 Crit und 12 Verteidigung, brauchst du das? Achso, nein, Glaubenskleriker, klasse. Brauch ich natürlich nicht. Beide können die auch zwingen. So, die Verheilung genommen. Ja, ja, ja. Aber warte, das andere ist nicht voll. Das ist das andere ist besser, weil das hat Dings drinnen. Sind's nicht? Ah, warte. Ich hab einen unidentifizierten Gegenstand. Uh, Glaubenskettenrüstung. Bistappert. 28 Crit. Nice. Ich muss gar nicht rauslassen. Was ist das? Achso, Stufe 10. Okay. Okay. Ich hab schon zu viel Stufe 10. Ah, warte einmal, ich hab die Gisten halt aufgemacht. Scheiße. Ah, da ist das Symbol jetzt. Symbol der Hoffnung. Hast du schon in die dritte Leisten, habe ich? Ah, ich hab jetzt in die dritte Leisten, habe ich gesehen. Ah, ich hab jetzt in die dritte Leisten, habe ich gesehen. Was sieht denn das? Mhm, ganz gut. Ich hab 1300 HP. Wenn du auf C druckst, siehst du es auch rechts oben. 1300? Ja. Das ist gut, finde ich. Ja, passt genau. Das ist gut, bitte. Du hast ein bisschen eine Erde aus. Hast du überhaupt hin? Oder hättest du gerne lieber einen Skill mit 10% Verlangsamen und 10% Carry? Für ein paar Sekunden. Geht schon, danke. Ich nehm den AI mit, alles zu ficken, ne? Ja, bitte. Einmal AI. Ich hab jetzt einmal noch geschaut, wieviel Kohlen es ihr habt. Ah, 20 Symbol. Im Inventory, rechts unten. Im Inventory, rechts unten. Ja, ja. Im Inventory, rechts unten. Ja, ja. Was? Gute mag ich den Kasten nicht. Das ist eine tolle Weisheit. Was? Und ich hab keinen Sinn, oder? Sicher. Wo müssen wir jetzt hin? Da mit dem... Nein. Protektor sind klar, will? Wohin? Ja, okay. Ne, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Keine Ahnung, ja, ne? Ich weiß nicht, du weißt das. Ich bin der Hackerherst. Was brauche ich dir da? Naja, da geht der Quest mit dem Hacker, oder? Ich hab zwei gespielt, aber nur in der Bettland. Da kann ich nicht mehr. Schau, mein cooles Pferd links. Brennend. Wo ist er? Ich schau. Neben der Stelle, genau. Ja, und links. Achso, das meinst du, oder was? Leichtes Reitpferd? Achso, das. Danebenstelles brennende Reitpferd. Nein, das mein ich nicht, oder? Das mein ich. Kaufen wir uns an, oder? Ja, oder? 700.000 Masse. 10 kaufen, da ist der eigene Markt, da. Nein, 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 jetzt gehen wir mal Questerbrief an. 10 Marktplatz, Bruder. Reitdire kaufen? Nein, 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 nichts da. 5 Gold kostet uns. Na ja. Also, ich hab 20 Kupfer. Ja. Ja. Kannst du doch 150 Euro kaufen? 150 Euro kaufen? Achso. Ja, das geht ja. Kann man natürlich auch machen, ne? Das. Na, geht schon. Mach das. Na, geht schon. Danke. Danke. Das. Der Ranger wäre mit dem Pferd immer noch da. Hab's nicht geglaubt. Naja, das ist okay. Weil die Mama kauft nicht. Rote Papa. Die Protector ist enclave. Braucht noch. Nice. Oh, ich kauft nicht. 5. 5. Ah, hoppala. So. Ich geh mal dem Quest nach, dem gestohlene Wahn. Wirst du zu Hassel zurückkehren? Wird Sachen dir noch mehr Oli vorgeben, oder? Ja eh. Nein. Ich hab immer noch gestohlene Wahn. Hast du eine Ahnung? Ja, dann... Ich geh dort einmal hin, wo der zum Abgehen ist. Was wollen sie uns jetzt eigentlich genau eindrücken? Dass alle Städte gleich groß sind, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was wollen sie uns gleich eindrücken? Naja, wir fangen an verschiedenen Gebieten an und sind runter. Oder ist es nur die Heimatort? Ja, ich weiß nicht. Wir sind auf jeden Fall in Neverwinter. Das kann ich schon erzählen. Warte, ich muss mal Sachen verkaufen da, weil das ist ein Witz. Meinem tolles Schüler voll. So, das braucht eh niemand. Achso, warte mal. Ich war eine Klinge für dich. So, okay. Ich sag die Art. Ah, okay. Abgeschlossen. 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 Die drei mit Besen. Beide ich hab das... Warum... Na ist wirklich nett... Anlegen. Achso, dass keiner das wissen kann. Ah, mal Bilder. EIN, kopft, Deppert. Da ist der da, Gürtel... Eigentlich anlegen den Gürtel. Den verkaufen wir. Ist ja der Richtige jetzt? Ich hab auch von Neverwinter nicht gelesen. Betrüger von Neverwinter. Ich hab ein Religionspaket. Sehr gut. Tragbarer Altar. Das verkaufe ich, das braucht ja niemand. Na, Tag mal noch Tag heute. Wie so? Befutlos kennen. Ja, da kannst du sicher was machen, dass deine Space noch aus der Refresh oder Scheide. Der Kamper geht keinem mehr an. Ob ich da die 24-Kritt-Stiefel schon? Nein, die geh ich dir jetzt nachher. Nein, das sind die, die nur für einen Gams-Präger waren. Stimmt, ja. Stück für 10. Aber ich hab ein Dolch für die. Für die halt auch. Aber ist noch alles identifiziert. Ich hab leider nichts mehr zum identifizieren. Ja, ich schau da, wo man das kaufen kann. Der Rest passt eh, oder? Ja, ich reiß auch mal der Team, wo man die Quester geben kann. Ja, ich bin eher gesucht, ne? So. Das ist interessant, oder wie ich mir das so ausblendet. Wuscht. Ähm. Meinst du halt die gestohlenen Waren, oder was? Mhm. Ja, da bin ich schon. Keine können wir uns auch nicht mehr. Wir gehen mal hin, zum Hartl. Bisschen zum Hasl geh was du. Ist ein Hasl. Ist ein Hasl. Ist ein Hasl. Du gehst da weiter mit dem Hasl. Oh. Oh. Geht's nicht. Was? 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 Wie schön aussieht das. Das ist wie es. Bin ich mir noch nicht? Wo ist ich hin? Was für Level das ich bin? Ah ja, Stufe 8. Okay. Immer dieser Hasl. Sagst du nicht gern. Da rennt wer vor irgendwie 100.000 Schuppen davon. Was? Wie? Nein, 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 nein. Da Richtung Hasl. Da musst du durch die Gegner durchrennen. Und im Moment geht auch noch mit Ufü. Wo hab's am Arsch. Da muss ich hoffentlich auch bald da sein, Hasl, gell? Ah ja, da ist es. Ich weiß schon, oder? Da ist ja schon der Hasl. Da musst du aber rein gehen, gell? Nein, musst du nicht rein gehen. Das ist draußen eben so. Ah, Beweise platzieren. Und dann, die Fakten. Okay. Was? Warum ist jetzt der Fahne mit dir eingeschalten? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hast du den nochmal reingedrückt. Just. Marco, Just. Was ist denn los? Okay, bitte. Das ist ja schon wieder uralistig. Was haben wir jetzt gekriegt? Ein anderes Tolles bekommen? Nein, gell? Okay. Ich bin jetzt schon bei einer Quest wieder zum Eingehen. Ja, welche? Beweise platzieren und Zeugen ausschalten. Genau. Wo hast du her? Keine Ahnung. Ja, Marco. Ah, warte, da kann man ja auch gehen. Schau. Wo bist du überhaupt? Äh, in wo wir vorher waren. Mit diesen Schulten. Ich komm zu dir. So, nein. Mein Gott. Ich probiere es zu dir zum Kommen, okay? Ah, klar. Was machen wir mit dir, ha? Kann man sogar eine Scores kaufen. Ja, mit Echtgeld, ne? Ah, mit Echtgeld. Aber diese Naturpakete und so kann man kaufen für 1,50. Ja, kaufst du dann welche? Die welche ergeben? Die Pakete kommt mir irgendwie so vor wie bei Agile Wars. So eine Zeugpraxis, was du kaufen musst, damit du was zählen kannst, damit du so Crafting Zeug kriegst. Okay. Du bist jetzt nicht der Protektors-Enklave, stimmt das? Am Start, wenn man noch ein Tutorial hinkommt, oder was? Nein, nein, nein. Sondern? Ich bin... Erst, warum müssen da immer so viele Gegner aneinander stehen, weil ich da überrollte. Marco. Und warum muss mir der scheiß Kurren-Pointer immer zum falschen Gegenheat sein? Das ist ja unbetreiflich, was mir das ist. Wenn ich wenigstens sehen werde, wo du bist, weißt. So. Jetzt hätte ich eine Flasche gebrochen, gell. Konstant. Marco. Haben wir schon rausgefahren, wo du bist? Nein, ich bin dort, wo diese ganzen Rekruten und Räuber die ganze Zeit sind. Und die ganze Zeit heruntergebäußert haben, jetzt die ganze Zeit vorher. Ah, ich dort. Ich dort zum Hasl-Zug gehörst, oder was? Ja, ja, ja. Ja, dann sag's mir halt, ne? Aber wieso... Raus und wie rumkommt's ja. Black Lake District? Das ist ja falsch da. Nein, aber Hasl ist der große Fetter in der Hauptstadt, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist der, der... Marco, bitte. Zeig einmal. Wir sind komischerweise in verschiedenen Instanzen. Gehen wir zum... Hast du den Hasl eingestellt? Hasl den Hasl gehört? Was ist in verschiedenen Instanzen? Wenn wir nur in einer gemeinsamen Gruppe sind, dann macht's immer viel Matten und nacheinander. Ich kann jetzt wieder in einer Minuten Instanzen wechseln. Ich bin eh bei dir in der gleichen Instanzen, also in der gleichen Karte, aber in einer anderen Instanzen. Ich weiß halt, warum man da nicht da anwechseln kann, aber... Macht da nix. Man kann frühzeit, weil sonst... Wer weiß denn, ob es genau in einen Angriff kommt oder so, kannst du einen super Touch machen, aber so als Schupe. Guck mir einfach so vor. Guck mir einfach so vor. Eine halbe Minute jetzt noch. Ich muss sie verkaufen. Nein, nein. Mit der zu den Bündner, das gibt's ja, nein. Du bist nicht. So, das ist ja am Anfang. Ich traue. Lass mal teilen. Ich weiß, wie das wird. Marco. Ich hätte die Instanzen gesehen können. Ja, jetzt wird's ein bissel. Das probier's ich einmal. Äh, so. Jetzt wird's drauf. Jetzt wird's. Ja, ich bin hier.